Ja, neues Jahr, neues Wärtchen. Es gibt ein neues Format hier am Deutschen Theater. Es nennt sich Spotlight und es steht die Autoren vor, die explizit fürs Deutsche Theater neue Texte schreiben. Es beginnt dieses Spotlight mit einem Abend über Wolfram Lotz. Es folgt ein Abend über Dialog und Ende Januar ein Abend über Niesmomme Stockmann. Und ich wollte nur sagen, das ist nicht nur ein neues Format, sondern ich bin dabei. Ja, Baba ist dabei, deswegen auch dieses Wärtchen. Und wird am 10.1., also nächste Woche Samstag, hier um 19 Uhr freier Eintritt, den Tilo Sarrazin. Oder ist der Ackermann? Sarrazin? Mit dem, also nicht der, ja, wegen, ne? So, und ich muss noch zum Hörauftritt.